Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Hammer-Weitwurf-Super-Simulator mit unseren riesen Hämmer legen wir los und zwar ganz schnell die Horde haut uns nämlich die Bude ein wir müssen schnell dabei sein da ist der Jack Fleischhammer. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja hallo schon guten Abend, äh, guten Abend, Tag, hallo. Sehr liebendies noch mit dabei. Hallo ihr Lieben. Und der Kokain muss man schnell, äh, disconnecten, weil dem fehlen die Frames. Ich hau mir noch schnell einen Kaffee rein. Ich auch, Kaffee, for the mass. Und dann gibt's oft die Fresse da unten, weil die nehmen sie mit dem Wut auseinander, die Kerle da. Einer. Einer. Doch nicht. Einer. Wow. Boom. Ah, ich hab's gesnatcht. Verdammt. Du dickes, fettes Vieh. Wah. Hättet ihr dich immer so? Naja, so ab und zu mal. Und ich, wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich gleich, die haben das Auto an die Wand gedrückt und ich komme hier nicht. Boah, schwierig. Ich komme hier nicht raus. Wir sind hier nicht in Rust. Ich brauche schnell was zum, ähm, keine Ahnung, Pillen. Ähm, ich hab kein... Du bist tot. So schnell konnte ich nicht reagieren. Ne, man hat mich in die Garage gepackt. Ich komme nicht an meinen Rucksack dran. Wenn die Zombies loswerden, kann Kokain noch wieder spielen. Ja, das könnte sein, dass die Zombies das runterrennen. Ja, ein bisschen schneller Einstieg, aber gerade als wir hier rein sind, nehmen uns die Kacken-Zombies. Ja. Wo der Torus einstürzt. Wo ist denn... Können wir den Sedan mal in die überseite schieben? Mein Rucksack ist da drunter. Ich schiebe. Geh. Sit. Ey, wir haben alles kaputt gemacht hier. Au, ich werde durch die Wand geschlagen. Warte, ich komme. Warte, ich komme. Ähm, ähm. Man. Schwierig. Ah, ins Auge. Wo ist mein Rucksack? Ich hab keinen Waffen. Ich nehme Spaten. Spaten geht auch. Man. Bewegt euch doch nicht beim Hauen hier. Äh, unter dem Sedan ist mein Rucksack. Die haben mich da reingequetscht. Ja. Muss ich einfach laufen, oder wie schiebe ich den? Ja, da kommst du doch dran von mir. Oh, wacke. An den Rucksack? Ja. Oh, ich bin aber wieder gleich blöd. Ich bin blöd. Nein, kaputt wollte ich sagen. Äh. Ich habe mal die Bandagen auf die Tasche. Okay. Liegt der hier irgendwo? Ja, da. Hier. Ah, da. Alles klar. Super. Dankeschön. Na, komm her, mein Freund. So, hör mal, ist besser als Schaufel. Wie ist die hier reingekommen? Keine Ahnung. Ach so, durch die Tür. Ja, es sind einige. Sind die, aber die sind doch innen schnell, oder? Oh, ich brauche, nee, ich brauche, ich brauche irgendwas zum Futtern oder Pillen. Ich habe einen Fitzel an Energie. Wenn ich einmal getroffen werde, bin ich weg. Ich muss mal ganz schnell was zu essen holen. Haben wir überhaupt noch was? Wir sollen übrigens Maisbrot machen, war in den Kommentaren zu lesen. Weil? Weil, äh, wir haben viel Wasser und wir können damit Maisbrot machen. Maisbrot rockt. Ach, nicht Maisbrot. Maisbrot. Oh. Guckt euch das doch mal bitte an hier, wie viele Zombies hier rumrennen. Ich habe hier keine Frames. Das ist Energie, verdammt. Ja, wir müssen unbedingt, äh, Zombies töten, weil sonst, äh, ist es schlecht mit den Frames. Oh, die sind hier außen. Die sind am, am Friedhof. So. Ich brauche allerdings, haben wir irgendwo noch Pillen? Haben wir irgendwo... Wer ist gestorben? Ja, ich bin gestorben. Oh nein, Sven. Haben wir irgendwie... Entschuldigung, Kokain. Das ist ja beides richtig. Wir haben keine Schmerzablette. Ich muss jetzt so kämpfen. Aber ich habe auch nichts zu trinken. Ich brauche... Das ist ein schlechter Start. Ich habe zu trinken. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein, nein, ich bin schon da. Wir haben eine Kiste voller zu trinken. Bottled Water. Und danach machen wir Maisbrot. Kein Weißbrot, sondern Maisbrot. Ich weiß, ich rede ein bisschen undeutlich. In den Rücken. Ich habe den Hinterrücks erschlagen. Irgendwie finde ich die Hämmer zu groß, oder? Der Vorschlaghammer ist irgendwie monströs. Ach du Scheiße. Hallo. Wo seid ihr denn hier? Seid ihr draußen? Ich bin am Pool. Da ist noch Alarm. Okay, ich komme. Hier ist auch gerade Alarm. Ich schlage hier gerade auf die Zombies ein. Oh, da ist ja jemand. Das bin ich. Nicht auf mich. Oh Gott. Was denn? Was ist los? Ah, da ist ein Griecher. Was? Das? Hä? Bitte? Bin verwirrt. Was ist denn los? Welche Waffe brauchen 10 Millimeter Munition? Gehen sie? Oh, du hast sie ja in dem Tier erschlagen. Ich habe dich gerecht. Kannst du mal meinen Hammer einsammeln, bitte? Den kannst du auch einsammeln. Der Rucksack liegt da hier. Danke. Gehen wir weg da. Springen sie noch mehr? Das wird hier nicht gespannt. Warum sind denn auf einmal 5 Millionen Zombies unterwegs? Das hat man doch nie. Hier ist auch ein... Oh Gott, ein Elch ist mit dem Kopf in der Wand festgebackt. Hau drauf, dann kannst du ihn ernten. Ey, aber scheinbar funktioniert der Zaun ganz gut. Die bleiben hier stecken im Zaun. Ja, die können hier. Der Eisenzaun. So, jetzt schnell die Zombies looten hier noch liegen. Okay, du musst dir direkt hier auch einen Sarg aufstellen, ne? Ja, wir müssen sowieso noch für Serendimti ein paar Grabsteine anbauen. Aufstellen ist mir so eingefallen. Wieso, für mich? Ach so, meinte, einer reicht nicht. Nein, wir haben letztes Mal ja Grabsteine angefangen und Serendimti ist ja schon mehrfach gestorben. Wir müssen dann nochmal aufs Scoreboard gucken. Soll ich den Hirsch erschlagen? Ja. Wo ist der Hammer hin? Da kommt ein Zombie, verdammt. Hallo Zombie. Oh, wenn man so einen Hirsch auseinander nimmt, das dauert auch einen Moment. Bei Zombies geht es umso schneller. Ja. Mann, erschreckt mich doch nicht so verdammt. Hast du gerade Stage-Diving gemacht von da oben? Ich bin runter, ihr Sprung. Jetzt geht es wieder von den Frames, oder? Also ich habe so um die 30. Aber wenn du 30 hast, dann ist das eigentlich nicht so gut, ne? Nee. Haben wir sie alle. Na gut, jetzt habe ich wieder 50 hier hinten. Also das, das, jetzt scheiße sind weg. Schnell noch. Die Frames. Nee. Nee, ähm, grundlegend die Zombies. Haben wir noch Airdrops an? Airdrops sind an, ja. Ich glaube, die kommen aber morgens immer so um 8, glaube ich. Ah, okay. Okay, ich habe gedacht, ich hätte gerade was gehört. Ach. Warum steht hier eigentlich so ein komisches Tor? Ähm, das war ein Test. Wir haben geguckt, wie man eine Maure, äh, eine Tür reinsetzen kann, weil wir wollten den Vordereingang eine Tür machen, aber das hat nicht funktioniert. Aus irgendeinem unempfindlichen Grund, äh, hat diese Tür, war nicht setzbar. So, sind hier noch Zombies? Haben wir hier noch was zu regeln, da vorne? Da vorne, ich... Na, hier nur zwei Stücke, aber... Aber ich habe keine... Hat jemand Pillen? Schmerzen bleiben? Negativ. Ich bin fast schon mal. Ich habe, äh, Painkillers. Meinst du, Heiko, neun Stück? Oh, bitte, gib mir mal zwei, drei. Bitte. Weil ich habe keine Energie mehr und die kommt auch nicht nach, wenn ich so professionell weiterspiele. Aber ich kann sagen, warum es mir so schlecht geht, weil ich Murky Water getrunken habe, ich doofen Nuss. Hast du jetzt wieder Flotten Otto? Ja, ich habe durchgefahren. Okay. Gut, da ist jetzt einigermaßen Frieden, oder? Wollten wir eigentlich nicht letztes Mal die Einstellung noch ändern, damit es schwieriger wird? Das wollten wir tun. Ich kann nicht mehr laufen. Das war doch jetzt easy. War easy. War easy, auf jeden Fall. Wir sollten es auf jeden Fall stärker stellen. Jetzt ist die Frage, machen wir hier einen Schnitt? Ne, das ist blöd. Da haben die Leute wieder so viel Schnippel dabei. Das machen wir zur nächsten Folge. Erinnert mich bitte dran. Kann Reinforced Concrete machen. Reinforced Concrete, das heißt Metall und Beddon. Aber wenn du Beddon hast, sollten wir vielleicht erstmal, ich habe nämlich auch noch Beddon, wir sollten uns eine Ranch machen. Hab ich. Tja. Wie geht eine Ranch? Weiß jemand aus der Schnelle? Weiß ich nicht, habe ich gefunden. Eine Ranch mit Pferden und so? Ja, genau. Wie geht die? Nicht schlecht. Was ist das? Wie kann man die craften? Ich hätte gerne eine Ranch, einen Schraubenschlüssel, würde ich gerne craften, weil damit kann man die Steine schneller aufbauen. Wurde uns gesagt als Tipp und wenn wir die Tipps ignorieren. Vielleicht haben wir ein Buch, wo man lernen kann mit. Nein. Weil ich kann es aktuell nicht. Wir haben einen Brauchkoppel Short Metal Pipe oder so ein Kram in der Tasche. Hab ich sechs Stück in der Tasche. Außer das reicht nicht. Kann es natürlich haben. Waren es nicht Short Metal Pipe oder Reinforced Marble? Marble. 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 Ich mache mal hier nochmal mehr Short Metal Pipes. Mach mal mehr und ich kann nicht mehr irgendwann nachgucken. Short Metal Pipe. Nein, Quatsch. Und übrigens, weißt du, was wir gemacht haben? Nope. Seht ihr das hier oben, dass auf den Laternen oben die Leuchtmittel fehlen? Vornehm ausgebildet, seht ihr es? Das haben die nämlich gefixt in der 8.1. Normalerweise leuchten Straßenlaternen. Da wir uns aber hier in einem Gebiet befinden, wo noch die 8.0 aktiv ist, kommen wir nicht in den Vorzug der Straßenlaternen. Das finde ich scheiße. Ich finde, wir sollten einen neuen Server machen. Wir fangen wieder von vorne an. Haben wir doch noch nie gemacht. Nein. Lassen Sie das einmal machen. Ja, komm. Also gut, wir fangen neu an. Nein, Quatsch, Mann, Spaß. Wir müssen auf jeden Fall wegen dem Graben, Herr Sprengmeister. Ja. Da hat sie ja vorne schon mal angefangen, irgendwas rauszuheben. Da war ja Material drin. Ja, stimmt. Hast recht. Können wir uns nicht durch den Boden bis dahin sprengen? Wäre möglich, ja. Jetzt vibrierst du, oder? So. Genau. Dafür brauchen wir immer mehr Papier. Wir brauchen mehr Papier. Das heißt, wir müssen demitiv einen Ausflug machen. Das heißt, wir müssten nach Deerthrow, oder? Mein Hammer und ich kommen mit. Das ist nicht bei der 73 Links von uns. Ich kann gerade nicht gucken. Ich würde gerne das Fundament nämlich aufwerten, damit wir hier auch endlich mal unsere Hütte irgendwann mal, ne? Oder wir gehen mal nach Gravetown. Gravetown. Gravetown würde uns auch empfohlen. Da wäre nämlich ganz viel, ich weiß nicht mehr, Gravel und noch irgendetwas. Gravel. Und Metall gibt es da ganz viel. Metall. Also ich bin für Gravetown. Also Metall haben wir kein Problem. Da, ähm... Was ist denn das? Okay, ich bin out of... Eine Ratte? Gibt es hier Ratten? Das ist der Jack. Nein, hier steht eine Ratte unterm, unterm, unterm Dings hier unter der Treppe. Gibt doch keine Ratten. Komm, gucken. Komm, unter der Treppe. Unter welcher Treppe? In? Hier, im, im, in der Garage. In der Garage unter der Treppe. Ja. Garage, Garage. Also ich habe hier schon mal sechs Iron-Odi-Hacken hier oben rumgepackt, ne? Also hier. Achso, du bist in einem ganz anderen Haus. Sag das doch. Oh, da ist ein Airdrop. Airdrop. Falsch. Verlaufen. Wenn der Bruchpilot kommt. Ja, es klingt irgendwie so voll... Oh, 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 oh. Wurde abgeworfen. Da hinten. DDR-Drops. Holen wir uns die? Holen wir uns, oder? Ja, das ist ewig. Kommt ihr jetzt mal gucken? Ja, natürlich sofort. Ist ja wie zu Hause. Ist ja wie im Echenleben. Ballfuß. Ballfuß, Jungs. Ach, gerade. Da hat der Spack eine Ratte oder irgendwie sowas drunter rum. Das ist ein Hase. Das ist ein Hase, sieht aus wie eine Ratte. Das sind die neuen Ratten. Warte, ich helfe dir. Ich habe eine Pickaxe dabei. Die Rattenhasen. Ähm, okay. Die Treppe ist unkaputtbar, ne? Jetzt kommt es langsam. Ich habe keine Kraft. Ja. Ich schlag das schon. Da ist er. Jetzt läuft der Kreis. Der Hase. Er flüchtet. Du blöder Hase. Verdammt. Er ist hinten aus dem Fenster gesprungen. Ne, ist noch in der Küche. Schnell den Hasen. Hol die Ratte. Hammer raus. Keine Ahnung. Nach links. Da ist er. Hier hinten links ist er. Hier auf der Couch. Er flüchtet. Komm Häschen, komm. Warte. Häschen, warte. Geh mir aus, weg. Er hat es hinter sich. Ja, tut mir leid, Hase. Gott, seid ihr schwierig, ey. Weißt du, im wahren Leben, weißt du, wer jetzt, oh, der arme Hase. Genau, ja. Ach so, aber hier in Seven Days to Die, Apokalypse, ja, da geht's los. Dann immer so. Es ist jetzt zum Glück nur ein Spiel. Schlag nochmal drauf, das bist du noch nicht tot. Oh, das nicht, da gab's schon viel Stress. Ja. Weil es ein Spiel ist. Na, überleg doch mal, was da für ein Gedöns war bei Battlefield 3. Ach, die haben doch alle. Outer Strike. Ich kann irgendwie nicht mehr sprinten. Ich weiß nicht, warum. Weil du keine Energie machst, wahrscheinlich. Weil du keine Energie machst, wahrscheinlich. Weil du keine Energie machst, wahrscheinlich. Um weiterzukommen, musstest du eine Ratte töten. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, klar. Wo du durch das Rohr durch bist und Peter hat es sofort, oh, die arme Ratte, könnte er nicht tun. Ja. Peter, er schießt ein paar Menschen, aber doch nicht die Ratte. Peter, Peter, you know? Ach, Peter, Peter, ja, ja, klar, ja, alles klar. So, jetzt können sie mich wieder riechen, die Zombies. Petra. Nicht die Petra, der Peter. Wie schwarz, wohl la la. So, was machen wir? Wir gehen jetzt nach Dearsville oder irgendwo anders hin. Hauptsache Zombies töten. Eigentlich wollen wir nach Grave Town. Wir haben 12 Uhr. Oder wir machen in dieser Folge erstmal eine Runde Dearsville Papier holen für den lieben Jackie. Ich habe zwei Papier dabei. Sie kümmern mich um Eisen schon mal. Gut, dann bringe ich mal mein Kram oben hin. Ich brauche eine Mülltruhe. Geh mir mal aus dem Weg. Ich lege hier mal in die... Hast du dir mal aufgefallen, dass Minios in jeder Folge eine neue Mülltruhe anlegt? Ne, haben wir schon eine gehabt? Ja, stimmt. Haben wir schon eine gehabt? In jeder Folge höre ich mindestens einmal, oh, ich brauche eine Mülltruhe. Ah, da ist ja noch ein bisschen Platz. Da werfe ich alles rein. Ey. Hat jemand Holz? Geil. Ja, ich habe Holz, aber ich bin hier oben. Kannst du mal bitte... Ja, ich bin auch hier oben. Kannst du mal bitte hier ins Dings legen? Ja. Da in das Lagerteil da. In das Lagerteil. Habe ich? Achso, ins Lagerteil. Ich habe das Feuer angemacht. Ja, da ist doch Wasser drin. Ne, da ist kein Wasser drin. Da ist Durchfallwasser drin, natürlich. Nein. Links ist Durchfallwasser drin, habe ich reingelegt. In die Kiste? Nein, hier ins Feuer. Im Feuer ist keins, sonst ist es schon durchgebraten. Da sind 48 Flaschen bottled Milky Water drin. Dann drück mal auf Cook, weil ich sehe es nicht. Ich drück mal auf Cook. Bei mir ist nichts drin. Ich habe einen Cook-Oil-Wan. Huch. Huch. Also bei mir ist da kein bottled, murky, irgendwas. Ich habe noch Fleisch zum Braten. Wo hatten wir denn Essens? Haben wir noch irgendwo Rolffleisch? Da läuft. Kannst du jetzt gucken. Ich glaube, nee, Rolffleisch gibt es nicht mehr. Habe ich in der Tasche. Ah, super. Ich habe übrigens noch Animal Hyde. Dr. Hyde, Jekyll, Mr. Oh Gott. Ich habe mir keine Ordnung. Gerade noch besprungen. Mein Freund, ich komme dir gleich nach nebenan. Oh Mann. Wo ist denn hier Baumaterial? Können wir ein bisschen Ordnung halten? Können wir nicht aus Holzpapier machen? Das wäre es natürlich. Normalerweise wäre es richtig. Holz und Wasser. Ja. Normalerweise wäre das richtig. Also ich nehme auf jeden Fall keine Waffe mit. Waffen sind was für weiche Eier. Wo war denn jetzt mein Loch? Den Hammer mit, den finde ich gut. Den Hammer, du sind Kumpel. Den Hammer mit, du sind Kumpel. Wie kam denn jetzt mein Loch? Das wird immer schwieriger. Wollte nur sichern, dass sie dir durchgehört hat. Ich weiß nicht, was ihr macht. Das ist zugewachsene Loch. Übrigens, wer hat erzählt, es soll einen Kompass geben hier? Es soll bald ein Kompass kommen. Demnächst ist keine Map mehr. Ich sage euch, ich bin dann verloren. Ich finde euch da nie wieder. Du findest auch so nicht wieder trotz Minimap. Jetzt hör mal auf. Wo wollten wir hingehen? Genau, da sind drei Karte und du weißt nicht, wo wir sind. Ich bin doch da, wo ihr seid. Wo wollten wir denn hin? Jetzt. Einen Spaß. Ja, ja. Dann scheiße ich mir die Rusty Door, lasse ich raus. Die Wooden Door, lasse ich raus. Eisenhower hat das nämlich mit. Wo ist denn dieses Grave Town, wo wir hinwollten? Ich bin soweit. Das ist... Achso, Wasser noch. Sieben Stück. Im Süden der Karte. Aber ganz im Süden. Aber wollen wir jetzt bis dahin noch laufen? Weil dann kommen wir nicht vor... Dann kommen wir in der Nacht an oder so. Nimmt euch Baumaterialien mit. Ja, wir haben Hammer. Das ist okay. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr schon vorgelaufen? Ich schlaufe jetzt vor. Ich bin jetzt in der Höhle hier und mach hier noch Eisen. Ich kann aber immer noch nicht Dingsen. Ach, der Hammer ist so schwer, deswegen kann ich nicht laufen. Nein, 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 das ist Quatsch. Wie viel ist unten beides blau, ja? Beides ist blau. Ich hab drei Viertel Herz. Wenn du mit der Großstadt hast, da versuchst du zu sprinten. Ach nee, natürlich nicht. Da haben wir's. Jackie, du bist in deiner Höhle. Ja. Wo bist du in welcher Höhle? Na, siehst du dich nicht auf der Karte? Ach du, oben im Norden, wo du angefangen hast zu buddeln. Genau. Die haut jetzt echt ab. Ja, wenn ihr nicht in die Pette kommt, gehe ich alleine. Jetzt auf einmal macht sie Stress, weißt du? Ja, ja. Gerade eben noch gucken, was zieg ich an. Und schon. Ah, sehr nebty. Was? Ja, nur so. Na ja. Was? Lauf halt alleine los. Ja, das klappt gut mit der neuen Staffel, mit dem Zusammenspielen. Ich weiß ja jetzt, wie springt der alt. Gerade weil wir auch eine kleinere Gruppe sind, ist es echt koordiniert. Ja, da kann man auch viel koordinierter, also es war eine super Idee. Funktioniert wunderbar. Jackie ist wieder im Keller, da wo er hingehört. Alles beim Alten. Der alte Sack steht an den Truhen und müllt zu. Nein, ich bin draußen, ich warte nur auf euch. Und ich verlaufe mich. Das ist doch alles wie es sein soll. Es kam heute als Kommentar, ob jemand LED hat. Weil einen Stein kriegst du draußen kein LED. Das kriegst du wohl nur in der Erde, oder? Ich hab LED, LED haben wir. Okay, wunderbar. Für Patronen. Der hat sich gerade einschmolzen. Kommen wir uns jetzt treffen vor der Tür und gemeinsam losziehen, bitte. Ich komm jetzt nicht zurück. Kannst mich mal gerne haben, mein Freund. Naja, ihr holt mich. Lauf du mal vor. Freund, wo rennst du denn hin? Nach Süden. Du rennst jetzt nicht echt nach Grave Town? Doch. Wir haben selten... Ja, dann, okay, dann hast du den nächsten Not. Kokain, stell schon mal einen Stein auf. Ich hab mich aber auf. Das hat dir die Ernste erwartet. Nach Grave Town wird das hier nichts mehr an dem Tag. Ist mir egal, ich sterbe. Ich sterbe gerne, ist kein Problem. Ich übertrumpfe euch alle. Das kannst du haben. Ich bin dann diejenige mit den meisten... Neun Tode hast du. Du hast uns schon übertrumpft. Also komm zurück. Was, du bist bei Grave Town? Ich hab Pillen. Komm mal zurück. Dann sind wir, das findet jetzt einer schon da. Sein Dip, die ist ja bald eh nicht mehr dabei. Wo ist ein Grave Town? Hier ist ein Zombie. Oh, ich hab ein Grave Town. Teki, bist du da? Ich muss ja noch hinlaufen. Kokain ist auch schon da. Weißt du, Kokain weiß, wie es geht. Du nicht. Jetzt bin ich wieder der Doofe? Ne, du büßt nur vor Pittiplatsch. Ach, jetzt bin ich wieder Pittiplatsch. Aha, aha. Muss ich noch einen Schluck nehmen, ich bin gleich da. Komm her, ich hab gute Pillen für dich. Uh, da bin ich. Yeah, Zomproxin. Yeah, Zomproxin. Wo sind die? Wo sind die? Die sind übrigens alle Zomproxin, gell? Also die Schmerztabletten sind Zomproxin. Also da haben sie irgendwie noch nicht das... Naja, die Zomproxin sind Placebos. Und fühlt sich besser? Gut. Super. Alles cool. Jetzt ist alles easy. Ich komme auch mit, Mann. Wo jemand denn hin? Der Cocaine brät noch da oben. Wir warten jetzt noch auf die Cocaine und versuchen mal Pittiplatsch einzuholen. Dann kriegt er noch kurz nochmal ein bisschen Eisen ins Feuer werfen, weil ich kann noch ein bisschen was abgebaut. Warte, nimm von mir mit. Nimm von mir mit. Warte. Ich werfe sie auf den Boden. Eisen Fragments, Coal, Potassium Nitrate and Stones behalte ich. Potassium Nitrate. Behalte ich. Wir kommen ja nicht los in dieser Folge. Ne, ich sehe das schon. 19 Minuten um. Ja, ja. Weißt du mal eben schnell einen Ausflug machen? Und nichts passiert, ja, ja. Wie oft die die auch bestimmt hören, wir machen mal einen Ausflug heute. Und dann, ach, wir bleiben doch hier. Dann machen wir keinen. Aber in den spätestens nächsten Folge. Bald, bald, bald. Nächste Folge. Wir müssen ja nach Pityplatsch suchen nach Pityplatsch. Das ist doch im Prinzip eine Simulation von einem echten Gamerleben, ne? Du guckst raus, Sonne scheint. Oh, heute ist schönes Wetter, da gehe ich raus. Hm, nee, doch nicht. Hm, nein. Wo ist das? So. Nimmt jemand Waffen mit, weil ich habe nur Nahkampfwaffen. Ich habe auch nur Nahkampfwaffen. Ah, super. Die ist nicht so gerne. Außer auf Jack. Ich bin in der Nähe vom Information Center, falls mich jemand sucht. Nein, suchen tut dich niemand. Na gut. Dann bin ich ja beruhigt. Ah, geil. Dann bin ich ja beruhigt. So, liebe Maria. In dieser großen, weiten Welt. Die machen wir alles aus dem Gürtel raus. Und zur nächsten Folge machen wir es schwieriger und dann wird es erst richtig lustig in Grave Town. Ja, und dann machen wir auch einen Ausflug, Freunde. Ja, wir machen auch jetzt einen Ausflug. Wir gehen schon auf die Reise. Wenn wir eine Nacht ankommen, haben wir mal Pech gehabt. Sag mal, kann man den Cobblestone, kann man den nicht machen? Kann man den nicht immer auf die alte Art und Weise machen? Aus Zement und Stone. War das Zement? Die alte Art und Weise funktioniert nicht mehr. Das war die alte... Doch, ich meine doch. Oder haben sie es rausgepatcht? Also es ging mal. Nee. Okay. Ich hätte gesagt, wie wir uns auf die Schnelle da unten nennen, wir buddeln uns in irgendeinem Haus ein. Ganz klassisch. Wollen wir Holz mitnehmen wenigstens? Herr Fleischheimer, bist du nach oben? Nimmst du Holz mit? Nee, nehme ich nicht mit. Ich habe aber Konkret. Ist egal. Wir haben das Konkret. Konkret hast du dabei. Ich habe aber keine Metal Frames dabei. Ich habe Konkret. Den kann man hinstellen. Ah, okay. Verstehe. Gut. Äh, Cocaine? Ja, bitte. Wir ziehen los. Kommen wir denn jetzt heute nochmal los? Ist ja gut. Ja gut, die Leute wollen ja eh längere folgen. Weißt du? Alle zwei Tage nur und so. Ja, machen wir mal eine Stunde. Komm. Ja, komm. Oh, hier ist eine Party. Wo denn? Bei mir. Aha. Wo bist du denn? An irgendeiner Hütte. Keine Ahnung. Mal kurz orten. Wo ist sie denn hin? Ziemlich weit südlich. Kannst du mal weiter nach rechts laufen, junge Frau? Können tue ich das schon, aber da sind die Zombies. Na ja, dann umlauf sie. Wir kommen schon nach. Habt ihr alle zu trinken dabei? Ich hoffe. Ja. Nein. Auch wieder jetzt zur Frau? Ähm, ja. Nach Greg Tomollmann. Okay. Das ist eine schöne, eine schöne Waldtüche. So ein bisschen neuer danach zu Südwesten. Es war cool, wenn man uns sozusagen Checkpoint, die Checkpoints, Checkpoints hier einrichtet. So zwischen Basis, das war ja genau, das war überlegen. Ja, das stimmt. Meine gute Idee. Und Maisbrot soll man ja machen. Auch eine spitzen Idee. Auch weißt du, weil ich nie nachgenommen habe? Verdammt. Ich habe kein Kaffee. Hast du noch ein Kaffee über? Nee, leider war das der letzte Kaffee. Ähm. Und just. Ähm. Weißt du, ich habe nichts zu essen mitgenommen? Hat jemand was? Was hast du bei Grave Thomas? Äh, ich habe noch 15 Mais und zwei Grilled Engine. Okay. Und du weißt nicht. Dann, ich bin halb voll, aber wir werden in der Stadt was finden. In Grave Town werden wir wahrscheinlich nichts finden. Boah. Boah, der tötet mich jetzt. Mag den schon. Grave Town? Vor allem Waffen und so. Ja, die können wir nicht fressen, das ist das Problem. Ja klar, ein bisschen Schießpulver, kannst du essen. Halt nur ein, ich sag mal, mundgerechte Stückchen zerhacken. Habe ich durchfallen? Oh Mann, ich habe Katzenfutter gegessen. Das klugst nur, das ist normal. So, lauf mal bitte noch viel weiter nach rechts. Ja. Nee, du läufst richtig. Wir müssen weiter nach links. Fress mich nicht. Halt. Halt. Renn mich ja nicht um. Umgefallen. Wir müssen eigentlich genau nach Südwesten. Ja gut, dann laufen wir zurück nach Südwesten, weil da kommt der See, weißt du, ich wollte ihn einfach nur umlaufen, aber wir können auch durchschuhen. Ich glaube, da kommen Köter, verdammt, verdammt. Ja dann, schwierig. Bei Köter. Hast du schon viele Waffen bei? Rennen. Rennen. Ah nee, nee, ja, 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 ja. Bin ich auch. Nee, ja, 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 ja. Klingt schwierig. Rennen wir jetzt hier durch? Rennen wir jetzt hier durch? Nee, kann man nicht, oder? Ich bin hier rechter Arsch. Doch, keiner. Ich sterbe jetzt, ich habe nur noch ein Viertelchen an Rot. Flüchten. Permanent rennen, immer im Wasser nachkippen. Ich kann kein... Trinkt die im Laufen? Ja. Da muss er gehen. Ach nee, du kannst nicht auf die Karte gucken. Das ist ja cool. Ist schon mal aufgefallen, dass sich mittlerweile die Häuser im Wasser spiegeln. Ja, aber ich sehe, was du meinst. Ja, das Wasser spiegelt, ja. Für sowas habe ich keine Zeit. So hübsche Dinge des Lebens. Merkst du, der Kaffee, der drückt, ne? Ich habe Papier gefunden, Jackie. Cool. Bist du am Leben? Noch, ja. Wo ist sie? Warte, ich habe noch Hemm einstecken, dass er sich jetzt... Müssen wir da noch rechts. Ja. Rettung der Frau. Ist er denn hier irgendwo in der Nähe? Andere rechts rein. Ja, siehst du es auf der Karte? Irgendwo Frau. So viel jetzt entgegen? Gar nichts auf der Karte. Ich habe noch Kaffee, Intus. Essen in die... Wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir. Die Zombies auch. Allerdings kriegt man Hunger, wenn man so lange rennt. Ja, ist ja wohl klar. Ach. Wie kriege ich denn mein blödes Herz wieder nach oben? Mit Tabletten, die ich dabei habe. Wenn du uns ein bisschen entgegenkommst. Ah, ich habe Tabletten in der Tasche. Drei Stück. Weiße Tabletten. Bloß nicht essen. Weiße Tabletten. Ups. Dann ist gut. Die esse ich jetzt alle. Nein, eine lang. Das ist halt auf Zeit. Dann sterbe ich an der Überdosis Tabletten. Nein. Das ist ja wie Roman, Julia. Hüpf. Oh, Leute. Was ist passiert? Geht ab. Alles klar bei dir? Hier, ich habe Zombie-Attention. Siehst du uns auf der Karte? Noch mal nach links. Jetzt geradeaus. Alles geradeaus. Alles geradeaus. Einfach nur. Oh, Jackie. Ich habe was für dich. 15 Papier. Jack, verfeuer nicht deinen Mund. Nein. Kann ich anders. Die Schweine. Und drei Bücher. Ja. Machen wir jetzt hier kurz leer oder was? Ne. Sehr nippe, die noch für ihn. Ja, eben. Und dann kurz sterben. Wozu? Was? Läufst du auf sie zu? Ich laufe auf sie zu. Ja, alles klar. Sie ist orientierungslos und dreht sich im Kreis. Das ist kein gutes Zeichen. Ich habe... Sie ist infiziert. Wenn sie ein Zombie ist, dann tötet sie sie. Ja, natürlich. Muss sein. Bleib stehen. Pidi Platsch. Bleib stehen. Hände hoch. Geht nicht. Wo ist denn der Kokain? Bis hinter uns? Ja, ich? Hallo, sie. Du bist ein Dreiferturm. Hände hoch. Ich wäre in Richtung Kripturm. Können wir weitergehen? Der Kokain ist schon fast da und es wird Nacht und wir müssen uns noch irgendwie... Pidi Platsch. Der geht echt durch die Tür. Komm jetzt mit. Ich bin doch nicht durch die Tür gegangen. Du wolltest. Ich habe heute auch gemacht. Das ist die richtige Richtung. Alles weiter. Südwesten. Ja, warte. Äh, spiel ich. Eine Waffe verloren. Wir haben schon 16 Uhr. Wir müssen uns da noch irgendwie schützen. Da unten. Wo war das hier, was ihr gerade angreifen wollt? Da. Pidi Platsch. Lass mich nochmal zurück. Ich bin hinter euch. Ja, dann sprint. Ne, hier ist ein Hund. Ja, ich bin hinter euch und hinter mir ist ein Hund. Rennen. Als Rennen und Wasser rein. Ich habe kein Wasser. Kannst du ihn erlegen? Jawohl. Dann trink Murky Water hier. Oh nein. Tote Hunde ist eigentlich ein guter Hunde. Klapp Wasser. Klapp Wasser. Ich habe drei. Ist okay, warte. Ich hatte es nur nicht in der Tasche. Ich habe nur noch vier Wasser, also... Und ich habe nichts zu essen, das ist mein Problem. Ich kann dir ja einen Maiskolben anbieten. Wir müssten direkt dann noch ein Haus uns aussuchen, was wir sichern wollen. Sonst haben wir ein Problem. Darf man immer noch dazu? Ja. Wer ist denn eigentlich rechts von uns da? Der Herr Cocaine wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Kommst du klar? Kommt wunderbar klar. Ja, okay. Ich habe eine Kartoffel. Karte, drehst du dich im Kreis? Komm mit. Wir haben schon halb fünf. Das wird knapp, Freunde. Hüpp. Oh, oh. Hallo. Na Zombies? Es geht bei euch ab. Wird mal eine Frage fragen? Gericht. Zombie, lass den Fleisch haben wir nur... Oh, das ist aber eine Menge. Ist das eine Horde? Crave Town war immer ewig nicht mehr, oder? Absolut. Aber ist auch schön hier. Ja. Oh, warum sterbe ich jetzt? Weil ich was zu essen brauche. Jetzt brauche ich aber wirklich dringend was zu essen. Kannst du mir ein bisschen Malz geben, bitte? Ich kann dir ein bisschen Malz geben. Ne, ne, der Ham geht schneller. Hier ein Stück Fleisch. Okay, habe ich. Da schmeißt der Jack mit seinem Fleischhammer um sich. Ich habe Erbsen gefunden. Sehr gut, mitnehme. Kann ich dir geben. Essen, also eine Dose Erbsen, oder was? Jo. Nehme ich gern. Aber erst mal nach Crave Town und Haus finden. Ohne, das Haus kenne ich ja nicht. Dann esse ich selber. Ist das neu, oder was? Das Haus kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber was ist das für eine... Das ist wie ein... Okay. Das ist der Vorhof der Hölle. Die Polizei, oder so? Ja, aber dann ziemlich... eingestürzt. Gefängnis, ja. Gehst du da rein? Gefängnist. Ich bin schon drin. Okay. Dann laufe ich mal vor, oder? Mit... Ja, ja, mach mal. Komm, dann zu euch. Okay, der... Die Mission ist das, was zielt. Natürlich. Der Kokain hat bestimmt sich häuslich schon eingerichtet. Ah, du, der hat schon... Ich habe ja schon ein Haus gebaut. Ja. Wo ist denn Grave Town? Ist das so weit weg? Ah, weiter nach links. Okay. Wir waren hier... Waren wir überhaupt schon mal außer im Horde-Modus? Oh. Ich bin echt gerade überlegen. Huch. Ich habe meinen Hammer gerade vor lauter Schreck weggeschmissen. Da nehmen wir mit. Hm. Oh, da ist Grave Town. Hallo, Grave Town. Good morning, Vietnam. Cooler Film. Lang nicht mehr geguckt. Absolut. Oh ja. Mit Robin. Robin Williams. Nicht zu verwechseln mit Robbie Williams. Was ist denn hier für ein Loch im Boden? Hast du ja was gesprengt oder war das schon? War hier noch nicht. Da war doch der Fleischhammer schon da. Hey. Oh, Jack, du wirst mich lieben. Hey, schwierig. Ich habe 28 Papier gefunden. Ich habe ein Buch gefunden. Und ein Stück Fleisch. Oh, Hammer. Hammer und Fleisch. Den habe ich auch. Oh, da hinten ist ein Hund. Ja, die sind hier des Öfteren mal... Gut, dass wir nur Nachkampfwaffen haben. Hier ist übrigens der Krater der Atombombe. Wo ist der Krater der Atombombe? Bei dir? In Grave Town. Ist doch ein bisschen kleiner Krater. Aber jetzt riechen die Zombies mich. Oh, das ist ein Hund. Ja, bei mir. Fuck, fuck, fuck. Was mache ich? Ich glaube, ich lege mal das Fleisch wieder weg, weil die Zombies mich sonst riechen. Ja, das wäre sinnvoll. Das wäre gut. Ich habe den Hund zerschlagen. Da ist der Hammer. Hier ist der Hammer. Hä? Ähm, ich muss auch gerne gucken, wo ihr seid. Da seid ihr auch gut. Der Grave Town sieht schon irgendwie cool aus. Oh, ich bin verletzt. Schnell, Bandage. Ja, lass ihn zurück, die Mission zählt. Sehe ich ja genauso. Dann sind wir uns... Ach, hier ist der Atomkrater. Ja, wir sind übrigens mehr als am Ende einer Folge, eine 32-Muten-Folge. Können wir uns mal einen schönen Platz suchen, wo wir uns verschanzen? Hallo? Hallo, ja. Hallo? Hallo, wo? Machen Sie das? Gibt es hier ein Haus? Hallo? Ja. Oh, noch einen Moment. Aber Sie können trotzdem verabschieden. Warum bewegten sich das Auto? Wo, der Kokain ist, sieht gut aus. Nein. Nein? Nee, ist nicht gut. Nicht gut, okay. Ja, wir sind am Ende einer Folge, wir werden uns noch einen Unterschlupf hier für die Nacht suchen, denn wir haben schon 17.28 Uhr. In der nächsten Folge werdet ihr leben... Uah, hier ist ein Rülpser, verdammt. Ja, dann nach Flucht. Aber wo? Ich sehe nicht. Verleben. Wie wir uns eine... Ausreden lassen. Wir sind schon bei 32 Minuten, die Leute deponieren uns. Das ist zu lang. Wo seid ihr hier in der Hütte? Wir sind noch in keiner Hütte. In der nächsten Folge werdet ihr leben, wie wir hier überleben, ob wir überleben. Und wenn euch dieser kleine Ausflug gefallen hat und diese etwas überlange Folge, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zum nächsten Teil von 7 Days to Die wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Natürlich seid ihr hier in der Hütte. Und ich bin tot. Ich bin gestorben.